So, damit sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe für heute, nämlich für ihr Gegnern bei Covart Kavern oder Sanctuary Schaden zu. Sanctuary würde ich behaupten ist die einfache Variante. Covart ist ein bisschen schwieriger, weil es halt alles gefühlt in der Höhle ist. Oder aber ihr seid halt auf dem Berg und fangt da ein bisschen was ab. Aber wie gesagt, 75 Schaden sollte ihr da hinkriegen. Wahrscheinlich für den einen oder anderen wird es ein bisschen schwierig. Mal gucken wie viele hier landen. Ja, zwei, drei. Mal gucken wo ich lande. Ach Gott, ich ahne schon wie der Böse ist. Ich sag wieder, es ist ganz einfach und krieg's dann doch nicht hin. Hat auch was ich euch sage. So, gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen Loot bekommen. So, von der Wache her kann ich mich hier schon mal nicht beschweren. Natürlich so, Distanzschüsse sollte man sein lassen. Lass diese sich erstmal bekämpfen. So, erstmal ein paar Kisten öffnen. Natürlich finde ich keinen Cooler. Hauptsache ich hab schon mal nicht verbannt. Ja, holen wir trotzdem mal mit. Aber natürlich ist jetzt die Käse dahinter. So eine MP wäre natürlich jetzt am besten. Ja, Minis sind auch schon mal okay. So, dann gehen wir jetzt mal gucken wo sie sind. Eine oder der ist safe hier oben. Ich weiß jetzt schon, dass wir mit die Hose gehen. Oder derjenige kämpft sogar irgendwo. Gut, hat funktioniert. Der erste ist weg. Aber ihr seht, so einfach ist es halt zu schaffen. Äh, hat er eine Schwester oder was? Ich hab doch noch keinen Schaden bekommen, oder? Gebe ich auf, oder nicht? Na, wie hieß es? So wird es wahrscheinlich einiger gehen. Aber Aufgabe geschafft, das ist die Hauptsache. Und jetzt werde ich an meine Moran-Narschen-Aufgabe gehen. Da natürlich noch ein paar Level gut machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein. Danke. Vielen Dank.